Hallo Schüler und Schülerinnen, die erste Klasse. Heute erkläre ich euch Lektion 8. Im Badezimmer. Im Badezimmer. Im Badezimmer, mein Englisch, in der Bathroom. Im Badezimmer. Die Zahnbohriste. Die Zahnbohriste. The Zahnbohriste mean in Englisch Toothbrush. Die Zahnbohriste. Die Zäife. Die Zäife. Die Zäife mean in Englisch Sub. Die Zäife. Der Kamm. Der Kamm. Der Kamm. Der Kamm mean in Englisch Com. Der Kamm. Der Fuhn, 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 der Fuh Das Handtuch. Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel min the mirror. Der Spiegel. Das Waschbecken. Das Waschbecken. Das Waschbecken min in Englisch? Wash bowl. Das Waschbecken. Das Waschbecken. Die Badewanne. Die Badewanne. Die Badewanne min in Englisch? Bath stop. Die Badewanne. Die Toilette. Die Toilette min in Englisch? Die Toilette min in Englisch? Der Wasserhahn. Der Wasserhahn. Der Wasserhahn. Der Wasserhahn min in Englisch tab. Der Wasserhahn. Der Wasserhahn. Okay. Das ist alles. Dankeschön. Tschüss. Die Badewanne. Der Wasserhahn. Der Wasserhahn. Der Wasserhahn. Der Wasserhahn. Die Badewanne.